Willkommen zu einem weiteren Video zur Wechselstromtechnik. Jetzt geht es darum, wie kann man also die Wechselstromwiderstände R, XL und XC komplex darstellen. Beginnen wir wieder mit etwas, was wir schon kennen, und zwar mit dem Zeigerdiagramm eines Widerstandes. Dazu machen wir wieder unsere bekannte Darstellung. Das heißt, wir haben eine X-Achse und eine Y-Achse. So, ich schriefe nur das Ganze. Und jetzt wissen wir, dass wenn wir die Spannung U-Spitze als Zeiger in die Nulllage geben, hier dazu schreiben U-Spitze, dass die Phasenlage des Stromes die gleiche ist. Das heißt, er liegt also auch hier auf der gleichen Achse, Nullgrad Phasen verschoben. Jetzt erinnern wir noch die Spitze ein. Schreiben wir dazu I-Spitze. Das ist unser bekanntes Diagramm in der XY-Ebene. Und wenn wir jetzt aus der Kenntnis der komplexen Zahlen das Ganze übertragen und sagen, okay, wir werden das Ganze jetzt in eine Gausche-Zahlen-Ebene übertragen, dann tut es relativ wenig. Also, wenn wir uns das anschauen, haben wir hier einen Zahlenstrahl, den wir mit Re bezeichnen, also für die reellen Zahlen, und dann einen Zahlenstrahl, den wir mit Im bezeichnen, für die imaginären Zahlen. So, und jetzt könnte man das noch übertragen. Können wir sagen, diese Spitze ist eine Zahl in dieser Ebene, das heißt, der Spitzenwert, und liegt auf Nullgrad. Okay, das heißt, wir könnten eigentlich sagen, okay, hier, genau hier, so, machen wir so ein kleines x, so, hier liegt also unser Wert, das wäre U-Spitze, und wir schreiben jetzt hier U-Komplex dazu. Okay, also wir haben nichts anderes gemacht, als diese Spitze mit einer Zahl markiert, und die Zahl ist hier hinten. Und das Gleiche können wir jetzt tun, indem wir sagen, okay, nehmen wir die Spitze wieder her, nehmen wir den Wert her für den Strom, und sagen dazu, das ist I-Komplex. Okay, so weiter einmal zur Übertragung der Situation vom Zeigerdiagramm in die komplexe Zahlenebene. So, was können wir jetzt weiter sagen? Ja, wir wissen, wenn wir jetzt hier diese Zahl beschreiben, und zwar in der Exponentialfunktion, dann können wir doch Folgendes sagen, also das U-Komplex ist nichts anderes, als der Betrag von U-Komplex, mal E hoch J, und jetzt schauen wir nach, wo liegt das Ganze? Na, es liegt auf Nullgrad, deswegen hier Nullgrad. So, naja, den I-Komplex können wir genauso anschreiben, also I-Komplex ist also gleich der Betrag von I-Komplex, das ist also der Spitzenwert, den wir hier einzeichnen, mal, und jetzt wieder die Lage von dem Ganzen, E hoch J, Nullgrad. Beide liegen auf Nullgrad, haben eine bestimmte Größe, damit haben wir das hier beschrieben. So, und jetzt gilt das Ohmsche Gesetz. Das heißt, wir können also sagen, okay, gut, unser Z, und zwar für den Widerstand R, wird also nichts anderes sein, als das komplexe U durch das komplexe I. Also, Ohmsche Gesetz, jetzt komplex angeschrieben, ja, und dann können wir Folgendes jetzt sagen, okay, dieses ZR, wenn wir es jetzt einsetzen, hier oben, ist also nichts anderes, als der Betrag von U-Komplex durch den Betrag von I-Komplex, dann, wenn wir weiter den Bruchstrich weiterziehen, mal E hoch J, Nullgrad für den Spannungszeiger und mal E hoch J, Nullgrad für den Stromzeiger. So. Okay, das fassen wir jetzt noch zusammen, können wir sagen, ist also das gleiche wie der Betrag von U, also der Spitzenwert von U, durch den Spitzenwert von E, Betrag von E, und die E-Funktionen, zwei Potenzen mit gleichen Basen, können wir die Hochzahlen addieren, in dem Fall wäre es, also J0 minus J0, das heißt also, E hoch J, Nullgrad. Und jetzt sehen wir Folgendes, naja, dieses U durch I, das war doch nichts anderes, wie die Spitzenwerte, die wir bereits bekannt haben, und das U durch I ist nicht Frequenzabhängig, das heißt, egal welche Frequenz wir hernehmen, die Beziehung wird immer gelten, das heißt, wir könnten eigentlich sagen, unser ZR, also der Wechselstromwiderstand ZR, ist also das gleiche wie R mal E hoch J, Nullgrad, das wäre in der Exponentialdarstellung, ja, und, na, was sagen wir jetzt in der, in der Komponentendarstellung, aber wenn etwas auf Nullgrad liegt, besteht es nur aus einem Realteil, das heißt also, das ZR in der Komponentendarstellung, ZR, das heißt, eine rein reelle Zahl, ist also gleich R, so, damit haben wir im Wesentlichen unsere Beschreibung, wie wir einen Widerstand darstellen, das heißt also, hier in Exponentialform, hier in Komponentenform, so, na, dann gehen wir weiter, schauen wir uns das nächste an, wie sieht das Ganze bei einer Induktivität aus, wir wissen wieder, ein Zeigerdiagramm in der Induktivität, in X und in Y, unser Spannungszeiger liegt wieder in der Nullgradlage, also genau auf der X-Achse, jetzt schreiben wir U-Spitze dazu, unser Stromzeiger, Induktivitätsstrom kommt zu spät, liegt also 90 Grad, so, 90 Grad versetzt, und zwar nach unten, weil er ja zu spät kommt, wir zeichnen noch die Spitze des Zeigers ein, so, schreiben I-Spitze dazu, und wir haben das Zeigerdiagramm in der Induktivität, übertragen wir das Ganze, jetzt wieder, in die Gauss'che Zahlenebene, schreiben wir zu den Zahlenstrahlen, die ja jetzt keine Achsen, aber Strahlen sind, wieder dazu, reelle Zahlen, imaginäre Zahlen, markieren wir, hier die Zahl, für U-Spitze, und das ist jetzt unsere komplexe Zahl, U-Komplex, und markieren wir, hier, auf dieser Achse, unseren Spitzenwert, das ist also unsere Zahl, für I-Komplex, und jetzt, machen wir folgendes, wir lassen also wieder, wir schreiben wieder beide, komplexen Zahlen, in Exponentialform, das heißt, wir können also sagen, unser U-Komplex, ist also gleich, der Betrag von U, mal E hoch J0 Grad, unser I-Komplex, ist also der Betrag von I, mal, das liegt auf minus 90 Grad, E hoch minus J90 Grad, und wenn wir über das Ohmsche Gesetz, jetzt wieder unser ZL ausrechnen, das heißt, wir machen also das ZL, das zugleich ja, wie wir schon wissen, XL heißt, brauchen wir nur eines machen, wir brauchen also das U-Komplex, durch das I-Komplex dividieren, na, wenn wir das jetzt tun, ergibt sich, Betrag von U-Komplex, durch den Betrag von I-Komplex, mal oben, mal, noch mit dem Buchstrich weiter, E hoch J0 Grad, und unten mal E hoch, minus J90 Grad, so, und das ist jetzt das gleiche, wie Betrag von U, durch Betrag von I, so die Spitzenwerte, und wir fassen wieder die Exponentialfunktionen zusammen, hier haben wir J0 Grad, minus minus J90 Grad, das heißt, also wir haben hier stehen, mal E hoch, plus J90 Grad, so, und jetzt wissen wir noch eines, diese Beträge hier, die sind frequenzabhängig, das heißt, wir wissen, der Betrag von U, durch den Betrag von I, der ist nichts anderes, als Omega mal L, das kennen wir bereits, das heißt also, wir können jetzt hinschreiben, unser XL in komplexer Darstellung, ist nichts anderes, als Omega mal L, mal E hoch J, und damit haben wir unsere Induktivität, in der Exponentialdarstellung, und in der Komponentendarstellung, so, das Gleiche noch für die Kapazität, wir werden also jetzt, wieder ein Zeigerdiagramm zeichnen, unsere X-Achse, unsere Y-Achse, das Ganze beschriften, X, Y, wieder die Spannung eintragen, also, unser Spannungszeiger, liegt auf 0 Grad, U-Spitze, dann, Kondensator, Strom eilt vor, also, wir brauchen einen Stromzeiger, 90 Grad voreilend, 90 Grad voreilend, jetzt erinnern wir noch die Spitze ein, schreiben wir dazu, die Spitze, so, das ist die Situation am Kondensator, wir gehen jetzt wieder, auf die, komplexe Ebene über, das heißt, auf die gaussische Zahlenebene, und tragen jetzt, in unserer gaussischen Zahlenebene, die aus einem, aus einem reellen Zahlenstrahl, und aus einem imaginären Zahlenstrahl, besteht, die beiden, die beiden Zeigerlängen ein, so heißt also, wir haben also hier, eine Zahl für U-Spitze, und schreiben dazu U-Komplex, und eine Zahl für I-Spitze, und schreiben hier dazu, I-Komplex, so, und, das nächste, was wir tun, ist, wir stellen jetzt diese beiden Größen, in Exponentialform dar, das heißt, wir schreiben also jetzt hin, unser U-Komplex, wird also sein, unser Betrag von U, Komplex, die Länge, mal E hoch J, und wir schauen nach, es liegt auf 0 Grad, diese Zahl, und unser I-Komplex, wird also sein, der Betrag von I, also die Länge, des Zeigers, mal, und das liegt jetzt auf 90 Grad, E hoch J, 90 Grad, so, wenn wir jetzt unser Z, vom C bilden wollen, na, dann ist das nichts anderes, als U-Komplex, durch I-Komplex, also ein komisches Gesetz, schreiben wir es also noch im Lauf, wir wissen also, dass das Ganze, der XC heißen wird, für diesen Blindwiderstand, und, dann schreiben wir es auf, ist der Betrag von U-Komplex, durch den Betrag von I-Komplex, also die Exponentialformen, einfach miteinander verbunden, mal E hoch J, 0 Grad, für die Spannung, mal E hoch J, 90 Grad, für den Strom, naja, und wenn wir das jetzt fertig schreiben, dann ist das nichts anderes, als der Betrag von U-Komplex, durch den Betrag von I-Komplex, mal, das haben wir hier, E hoch J, 0 Grad, minus E hoch J, minus 90 Grad, ist also E hoch minus J, 90 Grad, so, und das wissen wir jetzt, E hoch J, minus 90 Grad, das ist hier unten, das heißt, dass wir haben also eine negative, imaginäre Zahl, das heißt, wir können also sagen, unser XC, ist also nichts anderes, als eine negative, imaginäre Zahl, und wir wissen auch noch eines, naja, von den vorhergehenden Erkenntnissen, die wir gehabt haben, dass der Verhältnis von U und I ist frequenzabhängig, und zwar, das Verhältnis von U-Betrag von U, durch Betrag von I, das war also unsere Reaktanz, die wir schon betrachtet haben, ist gleich 1 durch Omega mal C, das ist also das Verhalten, dieses Widerstandes, dieser Impedanz über die Frequenz, jetzt kommt noch die Phasenlage dazu, das heißt, wir müssen jetzt hinschreiben, also XC ist also nichts anderes, als 1 durch Omega C, mal E hoch minus J, 90 Grad, und jetzt haben wir unsere Reaktanz, in Exponentialschreibweise, wie kann das Ganze jetzt in Komponentenschreibweise sein, wir wissen, E hoch J, 90 Grad, sitzt also auf der negativen, imaginären Achse, das heißt, wir könnten auch schreiben, das Ganze ist gleich, minus J mal 1 durch Omega mal C, und jetzt wollen wir das Ganze, minus J hier noch wegbringen, wir multiplizieren also oben mit J, und unten mit J, so, dann haben wir das Ganze, minus J Quadrat, durch J Omega C, so, und J Quadrat ist gleich minus 1, und minus mal minus ist plus, das heißt, das Ganze ist 1 durch J Omega C, so, und damit haben wir die zweite Schreibweise gefunden, die Schreibweise für eine Reaktanz, eines Kondensators, in Komponentenschreibweise, So, wiederholen wir das Ganze noch einmal, also, für uns geht es jetzt darum, wie können wir unsere Impedanzen, unsere Reaktanzen, Resistanzen, in der komplexen Zahlenwelt darstellen, es geht dann nur um R, bei R beginnen wir mit dem Zeiger, der kam für R, und führen das Ganze in die komplexe Zahlenebene über, dann schreiben wir U und I komplex an, und zwar in Exponentialdarstellung, das Ohmsche Gesetz ist gültig, wir dividieren jetzt U und I, kommen also drauf, dass also unsere Impedanz, die sich daraus ergibt, für den Widerstand, nichts anderes ist, als der Betrag, das sind die Spitzenwerte, in unserem Fall von U und I, mal E hoch J 0 Grad, das heißt also, unsere Impedanz für einen Widerstand, liegt auf 0 Grad, und der Betrag ist nur beeinflusst, durch das Verhältnis von U und I, das heißt also, unser ZR ist vielleicht R, also hier die beiden Darstellungen, R mal E hoch J 0 Grad in Exponential, ZR ist vielleicht R in Komponenten, so, was ist mit der Induktivität, der Induktivität, Strom kommt zu spät, 90 Grad tragen wir hier auf, hier Übertrag in die komplexe Zahlenebene, Darstellung der komplexen Zahlen in Exponentialform, also haben wir hier wieder, hier sehen jetzt, Spannung liegt immer gleich auf 0 Grad, der Strom liegt jetzt hier auf minus 90 Grad, wir führen das Ohmsche Gesetz durch, werden also unser ZL, das dann ein XL sein wird, erreichen, indem wir alles dividieren, führen die Division durch, subtrahieren die Hochzahlen bei den E-Funktionen, und können sagen, aha, wo wird also unsere Reaktanz für L liegen, unser XL, auf plus 90 Grad, plus 90 Grad heißt eine rein imaginäre Zahl, wovon wird der Betrag abhängen, das heißt also der Zahlenpunkt, naja, wird von U zu I abhängen, U zu I ist aber Omega mal L, wir wissen, das ist frequenzabhängig, also können wir das Ganze einfügen, können sagen, XL ist also nichts anderes, als Omega L mal E hoch J 0 Grad, oder statt E hoch J 0 Grad können wir gleich J hinschreiben, das heißt also J Omega L, es bleibt noch der C, gut, Kondensatorstrom L vor, Zeigerdiagramm gezeichnet, übertragen auf die komplexe Zahlenebene, wieder die beiden Punkte in der komplexen Zahlenebene, für I und U in Exponentialform angeschrieben, wieder das Ohmsche Gesetz angewandt, dass das XC ergeben wird, wir subtrahieren wieder die Hochzahlen, und erhalten jetzt einen negativen Winkel, einen Minus J 90 Grad, für die Kapazität. Der Betrag des Punktes, also wo der Punkt liegt, das U durch I, das ist aber frequenzabhängig, wie es mal wieder, und das ist nichts anderes, als 1 durch Omega mal C, das heißt wir schreiben also das XC an, und haben damit bereits die Exponentialform, mit 1 durch Omega C mal E hoch Minus J 90 Grad, und wenn wir das Ganze jetzt noch ansehen, dann können wir sagen, ja, auf Minus 90 Grad liegt ja eine rein komplexe Zahl, und zwar eine komplexe Zahl, eine negative, eine rein imaginäre Zahl, eine negative imaginäre Zahl, das heißt wir können schreiben, in Komponentendarstellung, XC ist gleich Minus J 1 durch Omega mal C. So, jetzt wollen wir dieses Minus J noch wegbringen, multiplizieren wir oben und unten mit J, erhalten J Quadrat, und unten J Omega C, J Quadrat ist aber nichts anderes als Minus 1, weil Minus 1 ist gleich 1, und wir bekommen die Standardform für die Reaktanz in der komplexen Schreibweise in Komponenten 1 durch J Omega C. Soviel also zur Überleitung der einzelnen Elemente, und der Verhalten der einzelnen Elemente in die komplexe Welt, was wir damit tun werden, und wie uns das Ganze helfen wird, sehen wir in den Folgevideos. Danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.